Vom Auto kennen wir sie schon lange, beim Fahrrad ist sie aber neu, die Automatikschaltung. Die FAG Velomatik von Schaeffler, die sorgt dafür, dass immer der richtige Gang eingelegt ist, vollautomatisch beim Fahrrad. Das ist besonders bei Elektrofahrrädern sehr praktisch, weil dann hat man immer die optimale Trittunterstützung. Aber wie fühlt sich das denn an, wenn man damit fährt? Das probieren wir jetzt aus hier auf der Eurobike in Friedrichshafen. Mit Trittunterstützung und FAG Velomatik unterwegs mit automatischer Schaltung, das ist schon eine richtig feine Sache, hat mir sehr gut gefallen. Wie steht es denn mit den anderen Testern? In der Ebene war es wirklich super und hat sehr schnell reagiert, hat super schnell geschaltet, hat sehr gut funktioniert. Das ist gar nicht schlecht, man braucht dann nicht mehr daran zu denken, zu schalten. Und egal ob es berghoch geht oder bergab, es ist immer ein leichteres Fahren. Was mich sehr beeindruckt hat, war eigentlich beim Abbremsen, das Wiederanfahren, dass da wirklich ein sehr angenehmer, leichter Gang drin war. Ja, wirklich problemlos losfahren, problemlos anhalten, problemlos wieder starten. Beeindruckend. Die FAG Velomatik für automatisches Schalten im Fahrrad. Ein weiteres Beispiel dafür, dass Schaeffler fit ist für die Mobilität für morgen.